Servus Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge der Klose to Glory. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann starten wir hier rein mit einem Spiel in der Bundesliga gegen Düsseldorf. Wir haben dann hier auch relativ früh das 1 zu 0 durch Karl Graf erzielt. Und auch das 2 zu 0 durch Claudio Petrila hat dann nicht wirklich lange gedauert. Danach haben wir so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal runtergenommen, aber dann trotzdem noch das 3 zu 0 gemacht. Wir gewinnen also am Ende komplett souverän und liegen jetzt tatsächlich in der Bundesliga auf dem vierten Platz. Das bedeutet natürlich erstmal nicht allzu viel, aber es zeigt zumindest in diesem Jahr könnte es in der Theorie mit der Qualifikation für die Champions League klappen. Aber das ist natürlich alles erstmal noch in weiter Ferne. Als nächstes ging es dann für uns nämlich erstmal in der Conference League in das letzte Gruppenspiel. Wir sind ja schon sicher als Gruppensieger weiter und sind dann auch hier erstmal in Führung gegangen. Die Polen haben dann allerdings erstmal den Ausgleich erzielt und konnten dann selbst hier in Führung gehen. Am Ende hat uns dann aber zumindest Idris Ahmed noch das Unentschieden gerettet, weshalb wir jetzt die Gruppenphase ohne eine einzige Niederlage beenden, was ja auch nicht so schlecht ist. Der beste Torjäger von uns in der Conference League ist mit weitem Abstand Adama Ley. Der hat nämlich einfach sechsmal bereits in diesem Wettbewerb für uns getroffen und das eben in gerade mal sechs einsetzen. Das ist halt eine brutale Quote. Und dann haben wir hier noch ein Torhüter-Talent verliehen. Nikolaj Berg wechselt für die Rückrunde auf Leihbasis in die Türkei. Und dann ging es hier auch ins nächste Spiel in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Und da konnten wir tatsächlich nach einem Treffer von Uwe Wagner unseren Linksverteidiger mit 1 zu 0 gewinnen. Und rücken zudem jetzt auch auf dem dritten Tabellenplatz vor. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Leipzig. Die liegen ja auf dem zweiten Platz. Das ist also ein richtiges Topspiel. Wenn wir das gewinnen, wären wir selbst auf dem zweiten Platz. Aber natürlich musst du auch erstmal gegen Leipzig als Sieger vorm Feld gehen. Und die haben halt einfach eine brutale Mannschaft. Und das haben sie uns auch direkt mal spüren lassen. Kai Havertz mit dem 1 zu 0 für Leipzig. Ja, ihr habt richtig gehört. Kai Havertz spielt bei Leipzig und er hat dann auch direkt das 2 zu 0 vorbereitet. Das Tor erzielt dann tatsächlich der Mann, der aus unserer eigenen Jugend stammt, Stipe Jovanovic. Nach einer halben Stunde sind wir dann mal gekommen. Das ist Karl Graf und der trifft leider nur das Aluminium. Und dann kam vor der Pause, was kommen musste. RB Leipzig mit dem 3 zu 0. Das Spiel war damit natürlich so gut wie entschieden. Aber im zweiten Durchgang sind wir dann nochmal gekommen. Das ist Igor Matanovic mit dem Anschlusstreffer. Und damit ist jetzt also die Hoffnung auch wieder zurückgekehrt. Das ist dann schon wieder Matanovic mit dem schönen Steckpass auf Claudio Petrila. Und der behält dann die Nerven. Und jetzt fehlt hier nur noch ein Treffer für den Ausgleich. Doch leider ist es dazu nicht gekommen, denn RB Leipzig hat dann noch das 4 zu 2 erzielt. Und damit verlieren wir also diese Partie und die große Aufholjagd bleibt leider aus. Wir bleiben damit aber trotzdem erstmal auf dem dritten Platz. Spielen jetzt allerdings gegen den Tabellenvierten und das ist Eintracht Frankfurt. Wir haben hier aber wirklich erstmal gut begonnen. Das ist Matanovic mit der ersten guten Chance. Und der 1,94 Stürmer blieb auch in der Folge vor allem nach Flanken gefährlich. Wir haben es aber verpasst das Tor zu machen und dann kam was kommen musste. Gefühlt mit dem ersten Torschuss geht Frankfurt hier in Führung. Und leider sieht Tim Schreiber da auch nicht gut aus. Den Muss erhalten. So verlieren wir dann aber eben gegen Frankfurt und rutschen zudem auf Platz 7 ab. Das ist natürlich schon bitter. Vor dem Spiel waren wir auf Platz 3. Und jetzt sind wir einfach so weit abgerutscht. Aber es zeigt halt auch einfach wie eng es da oben ist. Trotzdem ist das insgesamt eine gute Hinrunde gewesen, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann. Wir sind dann jetzt hier in der Winterpause angekommen. Ich habe eigentlich nicht vor auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Trotzdem steht dann schon ein Transfer fest. Allerdings für die nächste Saison. Der Vertrag von Dejan Lubitschitsch läuft nämlich aus. Und der wird sich dann ab der Sommerpause dem FC Straßburg anschließen. Tatsächlich ist es das dann aber auch schon wieder mit Transferaktivitäten gewesen. Und dann starten wir in die Rückrunde rein. Und da erwartet uns direkt der nächste Brocken. Nach Leipzig und Frankfurt spielen wir jetzt gegen den Tabellenführer. Gegen den VfL Wolfsburg. Und da lief es dann auch erstmal nicht gut für uns. Der VfL ging hier nach einer halben Stunde durch Adli in Führung. Und knapp 15 Minuten vor dem Ende haben die Wölfe hier dann auch den Deckel drauf gemacht. Eike Schröder, das ist ein Megatalent vom VfL Wolfsburg mit dem 2 zu 0. Und damit verlieren wir jetzt also hier das dritte Spiel in Folge. Und gegen den FC St. Pauli sollten dann natürlich endlich wieder Punkte her. Aber auch diesmal gab es hier erstmal ein böses Erwachen. Pauli ist nämlich nach gerade mal 3 Minuten in Führung gegangen. Wir haben uns dann mit aller Macht versucht gegen die Niederlage zu stemmen. Und wir haben uns auch einige Chancen rausgespielt. Aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor reingehen. Es war wirklich wie verhext. Schaut euch das einfach mal an, was wir hier alles an Chancen liegen gelassen haben. Es gab hier dann aber nochmal den Freistoß. Und dann ist es hier Jekel mit dem Kopfball an den Pfosten. Und dann steht hier auch noch Karl Graf im Abseits. Am Ende bleibt es hier also beim 0 zu 1. Und wir verlieren jetzt zum vierten Mal in Folge. Als nächstes mussten wir dann hier zu Hause gegen Dortmund ran. Das ist natürlich wieder eine richtig undankbare Aufgabe. Im ersten Durchgang war es ein Spiel mit offenem Visier. Es gab auf jeden Fall Chancen auf beiden Seiten. Es ging dann aber erstmal mit dem 0 zu 0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sind wir dann aber besser rausgekommen. Das ist hier ein guter Pass von Matanovic auf Yunus Akgün. Und der bringt uns hier dann in Führung. Und tatsächlich ist danach auch nichts mehr von Dortmund gekommen. Wir hatten dann sogar noch die Chance auf den zweiten Treffer. Am Ende bleibt es hier dann aber eben beim 1 zu 0. Das ist dann wirklich ein brutal wichtiger Sieg für uns. Und dadurch sind wir jetzt hier auch wieder auf den sechsten Tabellenplatz nach oben gerückt. Wir haben nur drei Punkte Rückstand auf Frankfurt. Die Champions League Plätze sind also weiter in Schlagdistanz. Aber man muss auf jeden Fall sagen, die Bayern haben sich wieder richtig krass nach oben gearbeitet. Die waren ja auch lange so auf dem achten oder siebten Tabellenplatz. Und jetzt liegen sie auf Platz drei. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht noch in der Meisterschaftsfrage ein Wörtchen mitreden werden. Bei uns sind dann auf jeden Fall die nächsten Wochen auch nicht wirklich einfacher. Wir spielen als nächstes gegen Leverkusen. Und dann gibt es das Rückspiel gegen RB Leipzig. Da würde ich uns jetzt auch nicht allzu viele Chancen ausrechnen. Die beiden Spiele und dann auch noch ein paar weitere gibt es allerdings erst in der nächsten Folge. Für heute ist es das nämlich gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020